Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele. Lass gerne deinen Like, Kommentar und auch Abo da. Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam wachsen und genau deswegen lege ich auch direkt los. So, liebe Seele, dann wollen wir doch sehen, was der Tag für dich bereithält. Und wenn du noch ein bisschen mehr willst, was dir im Leben helfen kann, dann kann ich dir mein neues Buch empfehlen. Da ist das schöne Schmuckstück. Ja, ihr habt ein paar 250 Seiten, auf gut Deutsch gesagt. Hier oben kannst du draufklicken, dann kannst du es dir kaufen und dann hilfst du dir am besten selbst damit. Jetzt aber in die heutige wundervolle Legung des Tages. Und da heißt es, Raum ermöglicht die Dinge. Schaffe dir materiellen und spirituellen Freiraum. Nur dort, wo nichts ist, kann alles werden. Und es geht nicht nur darum, Blockaden zu lösen. Es geht nicht nur darum, Traumata zu heilen. Es geht vor allem darum, zu erkennen, was ist in meinem Leben gerade präsent, was ich gar nicht benötige. Also Raum schaffen. Loslassen. Ganz egal, ob materialistische Dinge, ganz egal, ob Freunde, Bekannte, Verwandte, ganz egal, ob es finanzielle Themen sind, aber auch irgendwas Schicksalhaftiges, was mit der Arbeit auch zu tun haben kann. Raum schaffen. Raum schaffen bedeutet nämlich für dich sowas wie den Space, also diesen Raum für dich finden, um wieder neu starten zu können, neue wundervolle Energie zu schaffen, neue Unternehmungen zu machen, neue Entwicklungen zu erreichen in deinem Leben. Denn es geht jetzt darum, für dich mehr Öffnung in dein Sein zu bringen. Das siehst du hier. Und auf deiner Reise musst du da so stark sein, dass du Manipulation und auch deinen Ängsten die Stirn bieten kannst. Und das wird heute eben so sein. Das heißt, heute ist Vorsicht besagt, weil man dich sehr, sehr schnell triggern könnte. Und vor allem wird es in der Masse heute passieren. Es wird heute ein eher schwererer Tag. Aber es dient dazu, sich mit dir selbst zu verbinden und deine wahre emotionale Power zu entdecken. Und wenn du das erreichst, dann hast du einen ganz, ganz großen Schritt gemacht. Aber so wie das hier auch aussieht, gehst du jetzt auf deinen Seelenweg und bist in der Lage, das zu erreichen. Ja, ein schwieriger Weg zeigt sich. Bitte um Hilfe und lerne, dass wir alle verbunden sind. Sehr, sehr wichtig. Ein schwieriger Weg zeigt sich durch die Emotionen, durch das Triggertum, auch durch die Manipulation im Außen. Aber vor allem, weil noch Informationen dazu kommen, mit denen du nicht rechnest. Also, wenn du jetzt zum Beispiel eine Nachricht hörst, wird diese Nachricht in den nächsten ein, zwei Wochen verändert werden, weil es noch Dinge gibt, die hierzu nicht passen. Wichtig ist, dass du dich nicht fehlleiten lässt, sondern dass du immer noch in deinem Mind bleibst. Du bleibst bei dir und kannst somit natürlich auch erkennen, dass selbst die größte Angst heute einfach nur ein Teil des Lebensabschnittes gerade ist. Vor allem, wenn die Stärke nicht immer durchkommt heute. Du musst ja auch irgendwann mal regenerieren und dennoch musst du dich immer wieder entscheiden. Du musst immer wieder entscheiden heute, gehst du in die Diskussion, gehst du in die Konfrontation, möchtest du die Klärung oder willst du lieber die Ruhe haben? Was ist dein Verlangen? Und da musst du nach deinem Gefühl gehen, ohne von außen beeinflusst zu werden. Da solltest du dich entlasten, ohne deine Zukunft zu weit vorn zu sehen. Also, dass du aus dem Effekt heraus handelst, aber nicht aus der Emotion. Es ist wichtig, dass du deine Emotionen hier in der Klarheit hältst, dass du immer noch offen bist, frei zu entscheiden. Dass du dein Herz geöffnet hast, dass du dein Verstand geöffnet hast und somit natürlich auch zeigst, dass wenn du um Hilfe bittest, ganz egal wo, bei mir oder ganz egal wo eben, dass dir auch geholfen wird. Du musst nur dein eigenes Geständnis für dich ablegen, dass man nicht alles alleine schaffen kann. Und das ist eben dann, wenn dir die Stärke heute mal fehlt, weil es eben ein anstrengender Tag sein kann. Es ist nie zu spät, etwas richtig zu machen. Alles, was du jetzt anpackst und meisterst, bleibt dir in Zukunft erspart. Und genau das ist ja das, warum der Tag heute so anstrengend wird für dich. Weil du für deine Zukunft aufbaust. Du baust jetzt für deine Zukunft nicht nur das neue Energiefeld auf, sondern auch Wiederholungstaten, die nicht mehr in die Wiederholung gehen, weil du heute eben diesen großen Entscheidungstag hast, weil du diese Triggermomente gut lösen kannst, weil du dich nicht mehr fremdleiten lässt. Du begibst dich nicht mehr in die Hände anderer, um Entscheidungen zu treffen. Wenn du die Unterstützung haben möchtest, sollte die Unterstützung einfach nur als Stärkung dienen und nicht als Entscheidung. Und genau das ist das, was du heute verstehst. Du persönlich gehst in deine große Macht, um Dinge zu verändern und auch das Verständnis dafür zu entwickeln, dass auch wenn man lange gewartet hat, man für sich selbst ermächtig bleiben kann und auch wenn der Weg schwer ist, es immer wieder Zeiten gibt, wo man sich selbst entlastet, weil man sich aus dem Außen zurückzieht. Die Natur ruft nach dir. Sie will dich mit ihrer Heilkraft berühren, erfüllen und behüten. Ja, und da hast du jetzt einen schönen Einklang. Da geht es um deine regenerative Körperprozesshaltung. Also schlicht und weg brauchst du heute auch viel Natur um dich herum. Es ist ein guter Stressabbau, aber es ist auch eine gute Energie, dich dann wieder neu zu formieren, dich neu zu sammeln, dass du verstehst, wie Körper, Geist und Seele heute wieder in den Einklang kommen können für dich, weil es ja hier immer wieder aufzeigt, dass du ein bisschen blockiert bist, wenn es um Abrundung geht, also wenn es um Vollendung geht. Da kommt dann immer wieder dieser manipulative Impuls. Und je mehr du heute eben im Trigger trotzdem gut für dich handelst, desto mehr fehlt dir ja dann die Energie für deine weitere Reise. Und da ruft dann die Natur nach dir und gibt deinem Körper wieder die Kraft, gibt deiner Seele wieder die Ruhe, deinem Geist und deinem Verstand auch wieder die Zeit zum Regenerieren. Und da kommt dann eben diese wundervolle Kraft der Natur ins Spiel und gibt dir ihre Stück Heilung für dich heute. Es ist immer der richtige Zeitpunkt und immer der richtige Ort. Verschiebe nichts auf später und erledige, was zu erledigen ist. Ja, deswegen liegen heute auch so viele Entscheidungen an. Klar, du könntest jetzt warten. Du könntest jetzt warten, bis der Sturm vorbeigezogen ist. Du könntest warten, bis jeder sich so seine Meinung gebildet hat, was wahrscheinlich, so wie es hier aussieht, im Außen schon passiert ist. Aber das liegt auch so ein bisschen daran, weil du gewartet hast. Du brauchst nicht warten. Leg die Dinge auf den Tisch, wie sie sind. Und dann wirst du auch sehen, dass heute sich der erste Punkt gedreht wenden kann. Dass Menschen wieder anders auf dich und deine Situation blicken. Dass du in deiner Selbstverantwortung sehr schnell wachsen kannst und damit eben auch diesen Raum eröffnest, weil du nicht mehr im Warteraum stehen bleibst. Und das ist natürlich für dich etwas sehr, sehr Wichtiges. Tanke Kraft in der Natur und gönne dem Jäger, der Jägerin, in dir eine Pause. Also hier dann auch nochmal zum Aufzeigen. Es ist sehr wichtig, dass du bei dir bleibst. Dass du einfach spürst, wenn du keine Power mehr hast, wenn du einfach nicht mehr kannst, was gar nicht verwerflich ist. Wenn dein Verstand dir Streiche spielt. Wenn dein Körper signalisiert, er will nicht mehr. Wenn du das Gefühl hast, keine Power mehr zu besitzen. Dann geh in die Natur. Und wenn in die Natur nur kurz mal ans Wasser sitzen ist. Wenn das einfach nur eine Runde Laufen im Wald ist. Ganz egal. Verbinde dich einfach wieder mit der Kraft der Erde, dass du diese Power weiter in dir tragen kannst, um weitere Wiederholungen natürlich abzuschlagen. Du bist nämlich bei dir. Und da hast du dein höchstes Gut heute zurückgewonnen. Nämlich dein Bauchgefühl, deinen Seelenweg und die Liebe zu dir selbst. Und daraus kannst du sehr, sehr viel entwickeln lassen. Wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, schau in die Infobox. Dort findest du meine Webseite. Wir sehen uns morgen wieder.